Moin Moin, heute geht es um Tampering bzw. Härtung und das ist somit das kontroverseste Thema aktuell, weil es da einfach so viele verschiedene Meinungen zu gibt. Und trotzdem werde ich jetzt heute mal ein Video machen und meine Meinung abgeben und ich bitte euch, bleibt sachlich in Kommentaren, diskutiert fleißig, aber jeder wird da irgendwie eine andere Meinung zu haben. Also da wird es hitzig zugehen und trotzdem möchte ich aber einfach meinen Standpunkt wiedergeben und ich weiß, dass auch mein Standpunkt, dass da sehr viele nicht mit einverstanden sind. Aber ich hoffe, ich kann es ganz gut rüberbringen, warum ich so denke, wie ich denke und es geht los. Und zwar erstmal der Grundgedanke vom Härten, ich finde ihn gut. Also es geht jetzt darum, dass Items eben auch mal dann nicht das richtige Rezept am Ende rausbekommen und dadurch für einen perfekten Endgame-Bild nicht gebrauchbar sind. Denn ich finde, die Leute übertreiben ein bisschen, denn viele Items können auch genutzt werden, wenn das Härtungsrezept nicht trifft. Das ist halt wieder nur der klassische Diablo-Perfektionismus, aber der ist eben wichtig, das macht ja Spaß. Aber ich habe auch bei vielen meiner Chars ewig lang Items getragen, wo das Härtungsrezept dann doch nicht getroffen hat. Und hey, es hat trotzdem funktioniert. Also manche übertreiben ein bisschen, wenn das Härtungsrezept nicht genau das ist, was sie wollen und werfen das Item sofort weg. Und eigentlich könnte man es trotzdem nutzen, weil es dann einfach vier gute Eigenschaften hat statt fünf. Und deswegen der Grundgedanke, dass Items mal nicht das perfekte Ergebnis bekommen und man dann in dem Moment auch frustriert ist, den finde ich trotzdem gut, weil eben dadurch auch die Momente entstehen, wo man sich besonders freut, wenn es klappt. Dadurch entstehen diese geilen Trophäen-Items, wo dann beide Rezepte getroffen wurden und vielleicht auch noch gut gerollt sind. Und das führt ja auch dazu, dass man eben dann doch nochmal mehr Items braucht. Und ich weiß, dass viele jetzt mit dem Kommentar kommen werden, ja, aber du spielst viel, ich spiele wenig, ich habe keine Zeit. Deswegen ist das für mich furchtbar, das System. Und das sehe ich auch gar nicht so. Also ich finde, dass das System sowohl für viel Spieler als auch für wenig Spieler im Kern gut ist. Aber wie gesagt, ihr hört ja schon raus, im Kern. Denn was fehlt, ist natürlich ein Feinschliff. Und ich habe nämlich kein Problem mit zerstörten, in Anführungsstrichen zerstörten Items, wenn das alles so noch im richtigen Verhältnis ist. Und genau da hört es aber beim aktuellen System auf. Also ich finde, dass das Verhältnis aktuell noch nicht passt, dass die Wahrscheinlichkeiten noch zu schlecht sind, wirklich mal Sachen zu treffen, die man braucht. Und ich werde gleich erklären, was genau ich damit meine. Und es gibt halt manchmal Optionen, dass man doch irgendwie ein bisschen taktisch vorgehen kann und dann doch mal noch beim letzten Versuch das Rezept ändert und so weiter. Aber das geht eben nur in wenigen Fällen. Und es gibt andere Fälle, wo man wirklich nur eine Option hat. Und das zeige ich gleich alles. Und warum sage ich jetzt, dass das für viel Spieler und für wenig Spieler eigentlich gar nicht so schlecht ist? Einfach weil der Anspruch anders ist. Ein Vielspieler will dann vielleicht am Ende ein Item mit zwei oder drei Greater Affixen auch noch perfekt härten. Aber das braucht man ja gar nicht. Also auch als wenig Spieler kann man ja einfach mal ein Item ohne Greater Affixen zum Härten nehmen. Bei meiner Herzsuchejägerin habe ich mit Level 100 immer noch einen Bogen getragen ohne Greater Affixen. Der hatte einfach drei gute Eigenschaften und ich habe meine Härtungsrezepte zweimal getroffen. Und fertig war das Ding und den habe ich ewig lang getragen und hatte überhaupt kein Problem mit. Der war trotzdem gut. Die Version mit Greater Affixen hätte halt ein bisschen mehr gemacht, aber als ob das wirklich einen großen Unterschied macht. In den meisten Fällen macht es keinen großen Unterschied. Und man kann nun mal sehr oft härten, weil das nichts kostet. Man kann also auch ohne Greater Affixen kann man zehn Items einfach mitnehmen, die irgendwie passen und dann loshärten. Das ist auch okay für wenig Spieler. Das macht dann auch Spaß aus meiner Sicht. Man findet ja jetzt nicht viele Items mit zwei oder drei Greater Affixen. Selbst ich als Vielspieler habe kein einziges Item mit drei Greater Affixen in Benutzung aktuell. Aber das ist auch okay, weil man dann immer denkt so, ja da hinten am Horizont kommt vielleicht doch nochmal eins um die Ecke. Ich habe ein paar mit zwei Greater Affixen und das war es auch schon. Und wie ich immer und immer wieder sage bei Diablo, für mich ist der Weg das Ziel. Also der Prozess irgendwie, wenn man weiß, der ist noch nicht optimiert, der Charakter. Das ist das, was mich einfach bei Laune hält. Wenn ich weiß, jo, hier und hier und hier und hier könnte ich noch was rausholen. Und das ist eben durch Tampering der Fall. Also dadurch, dass das nicht immer sofort klappt. Denn ich habe schon so viele Kommentare gesehen, die sich einfach wünschen, dass man unendlich viele Versuche hatte. Und das ist für mich einfach dann nicht der Sinn des Systems. Dann hast du ja nach sofort immer das, was du möchtest. Und dann bist du am Ziel und was dann? Ja, dann ist Schluss. Dann machst du einen neuen Charakter. Das ist genau das Ding. In dem Moment, wo man das Ziel erreicht, hört für mich in der Regel dann der Spielspaß auf. Dann bin ich fertig und dann mache ich einen neuen Charakter. Und deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn das Ziel eben dann doch noch nicht erreicht ist und der noch nicht komplett optimiert ist. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Also das ist so der Anspruch vielleicht bei vielen, der da anders ist. Manche wollen immer sofort den perfekten Char und ich nicht. Mir ist es nicht so wichtig, dass der sofort irgendwie perfekt ist. Und viele meiner Chars, auch wenn die nicht perfekt sind, dann sage ich so, ich bin jetzt mit dem Stand zufrieden. Jetzt geht es auf den nächsten. Der kann so bleiben. Und ja, was eben der Fall ist, der nächste Punkt, dadurch, dass Items eben manchmal zerstört werden, ist ja auch gleichzeitig dann eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, die tolle Emotion, wenn es dann doch klappt. Diese Momente würde man auch nehmen, wenn es immer klappt. Dann hätte man keine Spannung mehr, dann würde man nicht mehr diese tollen klassischen Glücksmomente haben. Und von denen, da zeige ich auch in dem Video wieder einen Clip, wo es bei mir geklappt hat. Und das ist eben einfach wieder dieses tolle Gefühl, wenn es dann klappt und vielleicht sogar noch eine hohe Rolle. Und das wäre einfach komplett weg, wenn es unendlich viele Versuche geben würde. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht jetzt nur noch die richtige Balance. Also die ist noch nicht getroffen. Der Feinschliff muss noch her. Und jetzt komme ich mit drei Vorschlägen. Und ich hoffe eben, dass Blizzard nicht komplett einknickt und dieses ganze System quasi wieder wegwirft. Und den Leuten dann diese unendlichen Versuche gibt. Ich hoffe, dass das nicht kommt. Und meine Vorschläge für den Feinschliff. Erstens. Gebt uns wieder die Möglichkeit, wie beim Verzaubern, die aktuelle Auswahl zu behalten und trotzdem weiter zu rollen. Denn das nervt mich sehr, wenn ich bei fünf Versuchen, die ich noch habe, der erste Versuch trifft. Eine unwahrscheinliche Variante. Irgendein Rezept, wo es viele Optionen gibt. Und ich treffe beim ersten, aber habe einen ganz schlechten Roll. Dann werde ich trotzdem nicht weiter rollen. Obwohl ich noch fünf Versuche übrig habe, wenn es jetzt ein wichtiges Item ist mit Greater Affixen. Weil ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, das nochmal zu treffen, ist einfach nicht gut genug. Also höre ich jetzt einfach auf. Und das ist irgendwie, das fühlt sich falsch an. Also es sollte für dieses Szenario einfach die Option geben, aktuelle Auswahl behalten. Ich rolle trotzdem weiter. Und wenn es was anderes ist, dann behalte ich meine aktuelle Auswahl. Das ist beim Verzaubern auch sinnvoll. Und jetzt das Zweite. Und das ist für mich schon mit das Wichtigste tatsächlich. Die Rezepte müssen gefixt werden. Das habe ich schon im PTR gesagt. Also mein PTR-Feedback-Video könnt ihr euch nochmal angucken von mir aus. Da habe ich gesagt, die Rezepte sind aktuell das Hauptproblem. Und ich zeige jetzt mal ein paar Beispiele. Ich fange mal kurz noch bei einem anderen an. Und zwar bei dem. Fünf Optionen in einem Rezept. Und bei diesem Rezept hier sind alle anderen Optionen für den Herzsucher-Bild außer die zweite nutzlos. Also obwohl es ein Herzsucher-Bild ist, ist die fünfte Option nutzlos, die auch was mit Herzsucher zu tun hat. Das sind die Sachen. Dort muss der Feinschliff passieren. Dauer von belebender Schlag und Dauer von Herzsucher könnte bei dem Rezept beides weg. Dann hättest du nur noch diese drei Optionen mit den Projektilen. Und es gibt eben Rezepte, wo das so ist wie hier. Wo wirklich, das ist extrem wichtig, dass du diese Projektile bekommst bei deinem Bild. Aber alle anderen Optionen, wenn das eben kraftvoller Pfeil ist, ist komplett nutzlos. Einstich komplett nutzlos. Wenn du nicht gerade, also wenn du Herzsucher spielst, so meine ich das. Und diese Rezepte sind eben diese Extremfälle. Also wenn alle anderen Optionen komplett nutzlos sind, dann sollten das keine Rezepte sein, die dann auch noch fünf Eigenschaften haben. Dann sollten das welche sein mit nur noch drei Eigenschaften. Und da ist nämlich das Problem, weil dort gehen so viele Items kaputt. Und das ist dann eben nicht mehr im Verhältnis. Wenn ich nur noch jeden fünften Bogen überhaupt die Eigenschaften hier treffe oder sowas in der Art. So ist es jetzt nicht mehr. Aber man hat ja zwei Rezepte, die man treffen muss. Also am Ende führt es dazu, dass wirklich nur jeder fünfte, sechste, siebte Bogen überhaupt mal die beiden Eigenschaften trifft, die ich will. Und da hört es eben auf. Und da müsste man jetzt einfach mal alle dieser 260 Rezepte durchgehen und schauen, welche müssen angepasst werden. Und das ist dieser wichtige Feinschliff, der stattfinden muss. Und da gibt es ganz viele Varianten. Also hier Beispiel 1, die letzten beiden Eigenschaften einfach weg und schon wäre das cool. Beispiel 2, da haben wir Meuchelfinesse. Das ist nämlich genauso jetzt derselbe Bild Herzsucher. Hier diese erste Eigenschaft, Schaden gegen verwundbare Gegner, die brauche ich unbedingt bei dem Bild. Wegen der passiven Bestrafung, die mit dieser Eigenschaft skaliert. Aber wieso ist die Eigenschaft auf einem Rezept namens Meuchelfinesse, wo alle anderen Eigenschaften nur für Meuchelfertigkeiten gehen? Ich spiele ein Präzisionsbild. Warum muss die Eigenschaft denn dort sein? Das ergibt keinen Sinn. Also die Eigenschaft gegen verwundbare Gegner müsste bei einem anderen Rezept auftauchen. Mit sowas wie einfach kritischer Schaden, Schaden gegen verwundbare und noch irgendwas anderes. Und das ist das Problem. Hier sind die letzten drei Eigenschaften. Wenn ich die treffe, bringen wir die wieder gar nichts. Und wenn ich die beiden Rezepte mal, ja die muss ich ja kombinieren. Also die beiden hier sind ja bei Herzsucher. Die muss ich beide treffen auf einer Waffe. Da habe ich bei dem einen Chance von ein Fünftel. Denn die anderen vier, die bringen ja gar nichts. Da kann ich nicht mal die andere Option nehmen. Und bei dem oberen ist das genauso mit einer Chance von ein Viertel. Und da könnt ihr mal ausrechnen, wie unwahrscheinlich das ist, am Ende einfach beide zu treffen. Und das ist nicht gut. Nächstes Beispiel. Ja, selbe Sache. Projektile für eine Zauberin. Ein Kugelblitzbild, der braucht nur die Kugelblitzprojektile. Warum ist da jetzt sowas wie Größe für Teleportation mit drin in dem Rezept? Streicht das einfach mal raus. Dann bleiben schon mal nur noch vier statt fünf. Ist schon mal deutlich besser. Also hier muss angesetzt werden. Und dann haben wir noch ein Beispiel. Falsch. Das war ein positives Beispiel. Hier ist noch das letzte negative Beispiel. Das hatte ich jetzt für den Barb. Und bei Bonusrängen zu Skills sehe ich das so, dass die gar nicht von 1 bis 2 rollen sollten. Denn das macht wirklich einen krassen Unterschied, ob ich eine Plus 2 habe oder eine Plus 1 wegen der Vollendung am Ende. Wenn da eine Plus 1 steht, dann kommt da am Ende einfach nicht mehr so viel raus wie bei einer Plus 2. Und da wäre ich der Meinung, wenn man vier verschiedene Skills anbietet, dann muss man auch gar nicht mehr rollen. Dann reicht doch einfach nur Plus 2 überall. So sehe ich das zumindest. Ich habe ja, wenn ich jetzt wirklich die Plus 2 imposante Erscheinung treffen will, alleine hier habe ich dann nur noch eine 1 Achtel Wahrscheinlichkeit, dass ich das treffe, weil es acht Optionen dann gibt. Plus 1 wäre mir nicht genug. Also fällt die raus, die Optionen. Und deswegen gibt es acht verschiedene Sachen. Und jetzt kommen noch mal ein paar positive Beispiele. Und zwar sowas hier. Schaden für Golems. Das ist das, was man treffen will. Es gibt nur drei Optionen bei dem Rezept. Aber das, warum ich das auch noch geil finde, ist, weil die erste Option, Schaden für Fertigkeiten des Typs Herbeirufung, auch in Frage kommt für Golems. Weil das alle Diener sind, die damit gemeint sind. Wenn ich also den, ich habe noch zwei Versuche übrig und ich treffe nicht den Golemschaden, aber ich treffe dann mit dem vorletzten Versuch, Herbeirufung. Das ist mir passiert bei meinen Handschuhen. Und dann sage ich, okay, ich lasse es jetzt so. Bevor ich jetzt beim allerletzten Versuch Skelettmarker treffe und dann das für meinen Golem-Bild nutzlos ist, dann lasse ich es einfach mit der zweitbesten Option und Härte nicht weiter. Solche Sachen finde ich gut. Das ist gut gelungen. Oder diese ganz klassischen Schadensrezepte. Ich habe jetzt ein Bild, da ist für mich jetzt das Wichtigste zum Beispiel Schaden gegen Gegner in der Nähe. Aber wenn ich nur noch zwei Versuche oder so habe und dann kommt einfach nur Schaden raus, dann nehme ich den halt. Der rollt ein bisschen niedriger, ist doch egal, nehme ich den halt. Hauptsache nicht komplett nutzlos. Also da meine ich, gibt es halt eine krasse, eine Disbalance, dass solche Rezepte mit vier Optionen sogar mehrere gute Sachen haben. Und dann aber solche Sachen hier mit fünf Optionen, wo du wirklich nur eine einzige brauchst. Also das braucht eine Grundüberholung. Die Rezepte müssen angepasst werden. Und ich glaube, wenn das passieren würde, wäre das System schon fein. Also ich glaube wirklich, das würde das fixen erstmal, die Hauptprobleme. Aber ich habe noch einen dritten Punkt, also einen dritten Vorschlag. Und das ist das, was auch von Reddit und so schon kam. Es geht jetzt wirklich um die absolut geilsten Items mit drei Greater Affixen. Und wenn man es bei denen dann beim Härten nicht schafft, das ist halt so bitter. Und da würde ich mir wünschen, dass es eine neue Ressource gibt im Spiel. Eine seltene Zutat, die man irgendwo finden kann. In einer hohen Pit oder sonst irgendwo bei Weltenbossen. Einfach die wie, keine Ahnung, wie ein Funke für ein Uber-Unique. Das sind ja auch so seltene Ressourcen, aber die kann man nicht finden. Aber die sollte man irgendwo finden können. Und wenn man die hat, kann man mit der ein Item zurücksetzen. Oder plus drei Versuche bekommen. Irgendwie sowas. Und die könnte man dann auch handeln. Dann ist die vermutlich 100 Millionen Gold wert oder so. Weil die selten ist. Also die muss aber selten sein. Sonst würde das System wieder in sich zusammenbrechen. Dann hätte man nun endlich Versuche. Das wäre natürlich geil. Das würde direkt das Item-System sogar noch aufwerten. Weil man sich dann wieder freuen kann, falls man mal diese Ressource findet. Selbst wenn man sie gerade nicht braucht. Und die dann aber für 100 Millionen verhandeln kann. Dann freut man sich. Also hier ist sogar wieder ein Potenzial, das ganze Spiel dadurch noch aufzuwerten. Deswegen bin ich auf jeden Fall dafür. Und dann kannst du deine Super-Items doch noch mal weiter härten. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Und das war's. Natürlich ein Vorschlag, der aber klar ist, dass der schon kommt. Das ist also kein Vorschlag. Wir brauchen auch noch mehr Rezepte. Es gibt bei vielen Sachen, wie zum Beispiel Nekro-Vielseitigkeit. Also die Kategorie Vielseitigkeit. Da gibt es noch oft zu wenig Optionen. Ich hatte mal einen Fall bei einem Bild, ich weiß jetzt nicht welcher, wo ich gar keine sinnvolle Optionen hatte. Also alle Sachen, die es gab, haben mir alle nichts gebracht. Sowas darf es natürlich nicht geben. Also noch mehr verschiedene Optionen. Aber das ist eh klar, dass das kommt. Denn mehr Rezepte für Folgen des Seasons wurden schon angekündigt. So, und das, was ich jetzt nicht optimal fände, aber was auch okay wäre, ein paar mehr Versuche. Aber ich finde, der Rezeptfix wäre besser, als jetzt die Versuche hochzuschrauben. Also ich finde, ein viel, viel besseres Thema würde entstehen, wenn wir wirklich die Rezepte fixen, so wie ich es vorgeschlagen habe. Und nicht jetzt von 5 auf 10 die Versuche erhöhen. Ja, und damit habe ich alles gesagt. Gerne eure Meinung mal in die Kommentare posten. Aber haltet es, wie gesagt, sachlich. Und ich hoffe, dass ich meine Meinung ganz gut und verständlich und nachvollziehbar rübergebracht habe. Und damit beende ich das Video und zeige aber zum Schluss noch den Clip, wie es bei mir mal richtig gut geklappt hat. Ich habe ja auch schon viele Items zerschossen. Aber dann hatte ich auf einmal ein Item mit zwei Greater Affixen, wo es besonders wichtig war, dass ich treffe. Und ihr könnt euch schon denken, dass das geklappt hat. Und das sind eben dann auch richtig tolle Momente, die durch dieses System entstehen. Auch wenn auch viel Frust an anderen Stellen dabei ist. Aber ohne Frust gibt es eben dann nicht diese tollen Momente. Und damit beende ich das Video. Viel Spaß. Alle Versuche sind noch übrig für imposante Erscheinung. Insgesamt sechs Versuche, weil der erste Versuch nichts kostet. Aber die Chance ist ein Achtel, weil ich plus zwei brauche und nicht plus eins. Und über den Gear nochmal schauen. Okay. Imposante Erscheinung plus eins. Das zählt nicht. Das ist halt wirklich, dann kriegt das nicht plus drei und so weiter. Also es ist, es muss plus zwei sein. LOL Was geht? Was geht? Und genau dieses System. Es ist so unwahrscheinlich, aber wenn es klappt, sind das einfach die Momente. Also es ist so unwahrscheinlich, Taco Bell, die Uhr auf multiplayer. Musik Untertitelung des ZDF, 2020